Das deutsch-österreichische Bündnis war von Bismarck vielleicht nicht als Dauereinrichtung gemeint. Es ist aber genau das geworden. Denn das deutsch-österreichische Bündnis brachte als natürliche Folge im Laufe der Zeit ein russisch-französisches Bündnis hervor. Wir wissen alles darüber seit George Kennans großer Studie von 1979. Die russisch-französische Allianz war keine Improvisation der 90er Jahre. Sie war, man kann sagen, unaufhaltsam im Entstehen seit dem deutsch-österreichischen Bündnis von 1879. Hier liegt ihre Wurzel. Natürlich war die Lage der beiden Bündnisse immer noch etwas schief. Russland hatte keinen direkten Konflikt mit Deutschland. Frankreich hatte keinen direkten Konflikt mit Österreich. Aber Deutschland und Österreich waren jetzt Verbündete. Von nun an bestand sowohl in Russland als auch in Frankreich die sich ständig verfestigende Tendenz, dem deutsch-österreichischen Bündnis ein dauerhaftes Eigenes gegenüberzustellen. Bismarck hat das, solange er regierte, mit großer Kunst hinausgefoben. Aber mit einer Kunst, die zum Schluss schon in Akrobatik umflug. 1881 hatte er es, trotz der tiefen Verstimmung zwischen Petersburg und Berlin und der Dauergegend zwischen Petersburg und Wien, noch eine Art Allianz zwischen den Dreien zustande zu bringen. Das Drei-Kaiser-Bündnis. Übrigens mit großer Mühe und mit etwas künstlichen Argumenten, indem er die alte Monarche für Solidarität gegenüber dem liberal-demokratischen Westen noch einmal, ich möchte fast sagen, aus der Mottenkiste holte. Aber das Drei-Kaiser-Bündnis hat nur sechs Jahre gehalten. Es war gar zu künstlich, gar zu sehr dem natürlichen Lauf der Dinge zuwider. Wie denn überhaupt der Bismarck von Bündnispolitik der 80er Jahre oft etwas virtuosenhaft Gewolltes, fast Frivoles anhaftet? 1882 etwa brachte Bismarck noch ein anderes, nicht weniger unnatürliches Bündnis zustande, nämlich den deutsch-österreichisch-italienischen Dreibund. In beiden Fällen handelte es sich darum, dass er zwei natürliche Gegner unter der Vermittlung Deutschlands zu künstlichen Verbündeten machte. Österreich und Italien waren nämlich wegen des Trentino und Triests, die zu Österreich gehörten, von Italien aber als unerlöste Italienische Gebiete betrachtet wurden, ebenso natürliche Gegner, wie es Österreich und Russland wegen der türkischen Nachfolge auf dem Balkan waren. Als das Drei-Kaiser-Bündnis 1886 in die Brüche ging, tat Bismarck etwas eigentlich schon Unerlaubtes. Er floss hinter dem Rücken des Verbündeten Österreich, mit Russland einen Geheimvertrag, der dem deutsch-österreichischen Bündnis direkt entgegengesetzt war, den sogenannten Rückversicherungsvertrag. Der Rückversicherungsvertrag bestand Russland die Vorherrschaft in Bulgarien zu und gewährte wohlwollende Neutralität sogar für den Fall einer Eroberung Konstantinopels durch Russland, ging also nicht nur hinter den österreichischen Bündnisvertrag von 1879 zurück, sondern sogar hinter die ehrliche Maklerschaft Bismarcks auf dem Berliner Kongress. Man hat zu Bismarcks Entfuldigung gesagt, dass er seine Bündnisse der 80er Jahre nicht auf das hin abfloss, woraufhin Bündnisse normalerweise zielen, nämlich einen künftigen Krieg, sondern dass er mit der akrobatenhaften, ja widersprüchlichen Bündnispolitik dieser Jahre einen solchen Krieg gerade verhindern wollte. Das wird man ihm zugestehen dürfen. Während die deutschen und österreichischen Generalstäbe in den späten 80er Jahren bereits eifrig Präventivkriegspläne gegen Russland bastelten, frieb er an den Chef des Militärkabinetts, Zitat, »Unsere Politik hat die Aufgabe, den Krieg wenn möglich ganz zu verhüten und geht das nicht, ihn doch zu verschieben. An einer anderen würde ich nicht mitwirken können.« Zitat Ende. Man könnte noch manches Ähnliche, nur für den inneren Dienstgebrauch gefriebene und daher völlig glaubwürdige Bismarcks Wort aus den späten 80er Jahren zitieren, um nachzuweisen, dass Bismarck wirklich das Interesse seines Deutschen Reichs mit dem Interesse des europäischen Friedens identifizierte. Das hat keiner seiner Nachfolger mit gleicher Entfriedenheit getan und es entwertet Bismarcks Haltung nicht, dass sie von tiefem Pessimismus getragen war. Zitat, »Wenn wir nach Gottes Willen im nächsten Krieg unterliegen sollten,« heißt es in einem Brief von 1886 an den Kriegsminister, »so halte ich das für zweifellos, dass unsere siegreichen Gegner jedes Mittel anwenden würden, um zu verhindern, dass wir jemals oder doch im nächsten Menschenalter wieder auf eigene Beine kommen, nachdem diese Mächte gesehen haben, wie stark ein einiges Deutschland ist. Nicht einmal auf das einige Zusammenhalten des jetzigen Reiches würden wir nach einem unglücklichen Feld zugerechnen können.« Zitat Ende. Bismarcks Politik nach der Reichsgründung war die einzige einfränkungslose Friedenspolitik, die das Deutsche Reich in der Zeit seines Bestehens gemacht hat. Und doch hat Bismarck bei größtem staatsmännischem Gefick und bester ehrlicher Absicht das, was er erreichen wollte, in seiner Zeit nicht ganz erreicht. Er selbst hat im Deutschen Reich bei seiner Gründung mit der Großmacht Frankreich einen nicht zu befriedigenden Dauergegner, einen sogenannten Erbfeind, gefaffen. Und er hat durch seine Politik auf und nach dem Berliner Kongress zwischen Frankreich und Russland ein Bündnis angebahnt. Gleichzeitig hat Bismarck sich mit Österreich in eine Intimität eingelassen, die absehbar, obwohl Bismarck das zu verhindern suchte, Konflikte in sich barg. Denn im Gegensatz zu Bismarcks Deutschland war Österreich kein befriedigtes Land. Österreich wollte, ebenso wie Russland, die Europäer für Türkei beerben. Dadurch war ein künftiger Konflikt zwischen Österreich und Russland programmiert. Bereits das Deutschland Bismarcks hat sich gegen Bismarcks innerste Absicht in diesen Konflikt von 1878-79 an verwickelt und ist nicht mehr davon losgekommen. Bekanntlich hat dieser Konflikt 1914 zur unmittelbaren Auslösung des Ersten Weltkrieges gedient. Aber im Hintergrund des Ersten Weltkrieges stand ein weiterer Konflikt, den Nicht-Bismarck trotz seiner anti-englischen Politik von 1884-85 hervorgebracht hatte. Ein Konflikt zwischen dem Deutschen Reich und England. Der war erst das Ergebnis der Nach-Bismarck-Zeit und der Wilhelm-Mienöfen-Weltpolitik. Der Abgang Bismarcks im März 1890 hatte zwei unmittelbare Folgen. Eine Innenpolitische, das Sozialistengesetz wurde nicht verlängert und eine Außenpolitische, der Rückversicherungsvertrag mit Russland wurde nicht verlängert. Beides wirkte langfristig. Es war nicht so, dass sofort ein tiefes Zerwürfnis mit Russland eingetreten wäre. Es war auch nicht so, dass sich bei den Sozialdemokraten sofort etwas änderte. Aber, um auf das Zweite zuerst einzugehen, langfristig änderte sich umso mehr. Die Sozialdemokraten hörten in der Folgezeit allmählich auf, eine revolutionäre Partei zu sein und wurden eine Reformpartei. Womit wir uns zunächst einmal der Innenpolitik des Kaiserreichs zuwenden, um die große Atmosphäre für Veränderung aufzuzeigen, die sich von sehr bald nach der Entlassung Bismarcks einstellte und die bis zum Kriegsausbruch 1914 ständig deutlicher wurde. Das Bismarckreich war, wie gefiltert, innenpolitisch kein glückliches Reich gewesen. Im Ganzen eine Periode der Gehemmtheit und Unzufriedenheit fast aller politischen Kräfte in Deutschland und zudem eine ewige Wirtschaftsflaute, die übrigens noch ein paar Jahre über Bismarck hinaus andauerte. Der große wirtschaftliche Umfunk und Aufwunk kam 1895. Die Hochkonjunkturwelle, die in diesem Jahr einsetzte, hielt dann fast ungebrochen bis zum Ersten Weltkrieg an. Nur in den Jahren 1901 und 1908 gab es zwei kleine Rezessionen. Im Großen und Ganzen aber war die Kaiserzeit eine Periode wirtschaftlicher Blüte und allgemeiner Prosperität, die auch die Arbeiterklasse erfasste. Woran das lag, daran rätselt man heute immer noch herum. Was allerdings kein Wunder ist, denn man kann langfristige Wirtschaftsprognosen ja auch in unseren Tagen noch nicht stellen. Es gibt aber immerhin eine einleuchtende Theorie, die man gerade hier bestätigt findet. Das ist die Theorie von Fumpeter und Kondratiev, dass der Aufwunk der Wirtschaft meist mit großen Innovationen zusammenhängt. Die Wirtschaft beginnt zu stagnieren und unter Umständen sogar zurückzugehen, wenn keine technischen oder wissenschaftlichen Innovationen bereitstehen. Das war in der ganzen Bismarck-Zeit so gewesen. In den 90er Jahren kamen dann gleich mehrere große Innovationen auf einmal. Vor allen Dingen die allgemeine Elektrifizierung. Daneben auch von die Anfänge der Motorisierung, die Anfänge des Funkwesens. Und die Neuerungen brachten auch in das Alte wieder neuen Funk. Dieser wirtschaftliche Prozess hat sich zunächst sozial ausgewirkt und dann im nächsten Fritt auch politisch. Sozial insofern, als der Klassenkampf allmählich an Färfe verlor. Zwar hatte man damals noch nicht die große Entdeckung späterer Zeiten gemacht, dass die Arbeiter nicht nur einen Kostenfaktor darstellen, sondern auch eine Konsumentenmasse. Und dass es daher im Interesse der Industriellen liegt, nach einigen Feinkämpfen mit den Gewerkschaften immer wieder höhere Löhne zuzugestehen. Wohl aber war es so, dass Arbeitskräfte knapper wurden, dass die Gewerkschaften anfingen, eine gewisse Rolle zu spielen, und dass die Arbeitgeber von dem alten ehhernen Lohngesetz, so niedrige Löhne wie möglich zu zahlen, langsam abkamen oder abgebracht wurden. Das bedeutete einen gewissen sozialen Frieden. Und dieser soziale Frieden wirkte sich eben auch politisch aus, und zwar hauptsächlich in der Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie. Die deutsche Sozialdemokratie war ja bei ihrer Gründung eine revolutionäre Partei gewesen. Die Revolution lag freilich immer ein bisschen in der Zukunft. Aber sie war und blieb die Vision der Sozialdemokraten bis tief in die 90er Jahre hinein. Dann entwickelte sich in der Sozialdemokratie eine Richtung, die unter dem Namen Revisionismus bekannt wurde. Die Revisionisten sagten, wir brauchen keine Revolution. Wir müssen in die Gesellschaft und in den Staat, wie wir ihn vorfinden, allmählich hineinwachsen, um ihn eines Tages übernehmen zu können. Diese Entwicklung setzte sich zunächst in der Partei offiziell nicht durch. In den ewigen Revisionismusdebatten der Parteitage unterlagen die Revisionisten regelmäßig. Unter der Hand wurden sie aber trotzdem immer stärker, was sich dann flackartig 1914 herausstellte, als die Sozialdemokraten den Krieg mitmachten. Und noch mehr 1918, als sie bereit waren, nach dem verlorenen Krieg in die Breffe zu springen, wie ihr Parteivorsitzender Ebert es ausdrückte. Das waren alles Zukunftsentwicklungen. Man kann an den Ereignissen von 1914 und 1918 aber erkennen, wie sich die innenpolitische Atmosphäre in der Kaiserzeit, ohne dass das programmatisch erklärt worden wäre, vorher entspannt hatte. Es gab im Kaiserreich nie mehr so etwas wie den preußischen Verfassungskonflikt. Keinen Kulturkampf, keine Sozialistenverfolgung. Der Reichstag mit seinen Parteien wurde innenpolitisch immer wichtiger für die Regierungen, weil sie ständig neue Gesetzesvorlagen durchbringen mussten, für die der Reichstag zuständig war. Die Kaiserzeit war eine Periode großer Gesetzkodifizierungen. Vor allem das bürgerliche Gesetzbuch von 1900 war im genauen Sinne ein Jahrhundertwerk, das mit Ausnahme seines Familienrechts noch heute in der Bundesrepublik unverändert in Kraft ist. Aber auch sonst fand in dieser Periode, ich will nicht sagen eine Demokratisierung, das wäre übertrieben, aber eine Massenpolitisierung statt, die einer künftigen Demokratisierung stillschweigend vorarbeitete. Ich erwähne das hauptsächlich deswegen, weil ich damit gegen eine immer noch starke Richtung in der deutschen Historiografie Stellung nehme. Diese Schule vertritt die Auffassung, dass die äußere Expansionspolitik des deutschen Reiches in der Wilhelminischen Zeit innenpolitisch bedingt war. Innere Spannungen, so sagt diese Theorie, sollten nach außen abgelenkt werden, mussten es vielleicht sogar. Das feint mir nicht zutreffend zu sein. Die sozialen und politischen inneren Spannungen wurden während der 24 Jahre von 1890 bis 1914 im Deutschen Reich nicht stärker, sondern schwächer. Auch scheint mir ein Vergleich mit anderen Ländern gegen diese Theorie zu sprechen. Es ist ja so, dass die innenpolitischen Spannungen in den meisten anderen Ländern in dieser Periode viel stärker waren als in Deutschland. Frankreich mit seiner Dreifuß-Affäre, England mit seinen auch damals von Bürgerkriegs drohenden irischen Problemen, Russland mit seiner Revolution von 1905, Österreich mit seinem Nationalitätenproblem, zu alledem gab es im damaligen Deutschen Reich nichts Vergleichbares. Die Wilhelminische Zeit war im Gegenteil innenpolitisch eine gesunde, sie war sogar eine glückliche Zeit, die glücklichste, die das Deutsche Reich in seiner kurzen Lebenszeit gehabt hat. Nicht innenpolitisches Unglück und innenpolitische Gefahr trieben das Deutsche Reich in dieser Zeit auf einen neuen und, wie sich zeigen sollte, sehr gefährlichen außenpolitischen Kurs, sondern im Gegenteil das übermäßige Kraft- und auch Harmoniegefühl, das sich in dieser Zeit entwickelte. Allen Klassen ging es ständig besser und damit ging eine Art Charakterwandel der Deutschen einher, denen nun freilich kein Wandel zum Besseren genannt werden kann. Sehr viele Deutsche der Wilhelminischen Zeit, und zwar Deutsche aus allen möglichen Schichten, erblickten plötzlich eine große nationale Vision, ein nationales Ziel vor sich. Wir werden Weltmacht. Wir breiten uns in der ganzen Welt aus, Deutschland in der Welt voran. Zugleich gewann der Patriotismus einen anderen Charakter als früher. Was die Deutschen dieser Zeit erhob und beschwingte, ihr Nationalismus war jetzt weniger ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, als das Bewusstsein, etwas ganz Besonderes, die Macht der Zukunft zu sein. Diese Veränderung hing auch mit der großen Verfönerung des äußeren Lebens durch die technisch-industrielle Entwicklung zusammen. Die Deutschen waren auf diesen Gebieten damals die führende Macht Europas, während es in England nur noch langsam, in Frankreich noch langsamer vorwärts ging und Russland noch ganz in den Anfängen der Industrialisierung steckte, wurde Deutschland in technisch-industrieller Hinsicht in reißendem Tempo modernisiert und war darauf auch ungeheuer stolz. Leider setzte sich das alles oft in eine brahma-basierende, übermäßig selbstbewusste, selbstliebende Haltung um, die einem heute, wenn man die damaligen Äußerungen liest, etwas auf die Nerven fällt.